Hallo Leute, ja, heute mache ich ein neues Tutorial, das wird wahrscheinlich sehr kurz, dieses Tutorial. Aber, ja, heute zeige ich euch, wie ihr einen sogenannten Blockdetektor baut. Ja, das hat recht. Dieser Blockdetektor macht folgendes, und zwar könnt ihr zum Beispiel durch so eine Jukebox eine Tür öffnen, beziehungsweise auch durch so eine Redstone Ore, äh, eher Redstone Ore oder andere Sachen. Ich werde gleich noch erläutern, welche es noch gibt. Also gut, fangen wir an. Was wir brauchen ist auf jeden Fall, Moment, Repeater, Redstone Fackeln und zwei Pistons und natürlich Redstone an sich. Und, ja, fangen wir an. Ach ja, und noch ein Wasser. So, als erstes graben wir ein Loch. Pow! In dieses Loch packen wir Wasser. So, danach graben wir uns hier zur Seite runter und packen hier schnell einen Pisten hin. Dadurch brauchen wir auch wieder einen Pisten und, ja, jetzt machen wir hier ein großes Viereck. Jetzt machen wir zwei. Hier, so, genau. Und hier, einschränkt. Das haben wir, dann haben wir hier so eine komische, das ist auch eine Ecke. Na, so. So, dann brauchen wir noch eine Holzdruckplatte, die habe ich jetzt gerade nicht so, ne. Also, ein Geduld bitte, bis ich die gefunden habe. Das fällt mir eigentlich mal recht schwer. So. So, so, so. Pow! Und dann packen wir sie genau hier hin. Ein Abstand von den Pisten. Ist ja eigentlich relativ egal, auf jeden Fall, Hauptsache wir, ne, ihr werdet sehen wir am Ende. Jetzt packen wir hier eine Redstone Fackel hin und hier Redstone an sich. So. Dann nachgraben wir uns hier ein Tifa, packen da einen Repeater rein auf der Stufe 3. Die, hier, hier, 3. Wir graben dahinter auch nochmal einen Block weg, machen da Redstone hin, pau pau. Jetzt packen wir auf, den Repeater packen wir einen Block, irgendeinen. Wir machen einen Sand. Ist relativ egal, weil drunter ja ein Repeater, jetzt fällt der auch nicht runter. Und packen da rum, so. Dann ist das Redstone rum. Ja. Der ist jetzt eigentlich schon fast fertig. Jetzt brauchen wir noch eins. Und zwar brauchen wir ein Boat. Klingt merkwürdig, ist aber so. Und genau deswegen ist das, ähm, ist das eine Konstruktion, die gewartet werden muss. Es kann nämlich mal passieren, dass das Boot kaputt geht. So. Ihr seht, ähm, seht ihr, dass das Wasser hier so stehen bleibt. Und das Boot drückt auf die Scheiße drauf, die Pistons gehen zurück. So. Hier ist der Output von den ganzen, äh, ne, Output. So. Sagen wir mal, wir haben hier, machen wir mal Pistons hin. Pistons. Und ja. Sagen wir, wir haben jetzt hier eine Jukebox. Und schon sehen wir, wir haben hier ein Block hingepackt. Das Ganze fertig aus. Und die Pistons ging hier an. So. Das ist aber ganz normal, wenn man einen Block hinsetzt. Aber es geht auch. Wenn man, dieses Wasser wird resettet, sobald, ähm, ein Block geupdatet wird. Das heißt, sobald wir den Block verändern, beziehungsweise abbauen oder einen hinbauen, wird dieses Wasser resettet und streut einmal zu allen Seiten. Das Wasser hebt das Boot an. Die Pistons gehen nach einer kleinen Zeit raus. Also, die Pistons gehen raus. Und, ähm, ja. Aber sobald das Boot, sobald hier das Boot angehoben wurde, geht natürlich auch das Signal hier weiter. Und zum Output. Und öffnet dann hier, zum Beispiel, die Tür oder sonst irgendwas. So. Die Pistons gehen raus. Drücken das Wasser wieder so, dass es wieder nur da lang läuft. Und resetten das ganze System nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt hier rein packe, passt auf. So, da habt ihr es gesehen. Oh. Das Wasser geht hier raus. Boot angehoben. Pistons raus. Hier, das ging wieder das Signal durch. Wasser resettet. Punkt. Fertig. So, und jetzt kann man wieder raus machen. Und alles wieder von neu. So kann man jetzt, wie man hier sieht, die Türen öffnen. Das Signal ist aber nur sehr kurz. Jetzt zeige ich euch eben kurz, wie man das schnell verlängern kann. Und zwar nehmen wir jetzt meine, nehmen wir jetzt eine Ars-Nor-Ledge-Gate. Oder wie das nochmal heißt, habe ich den Namen vergessen. Das tue ich ja immer ganz gerne, den Namen vergessen. Und packen den so hin. Und, ähm, so hin. Ja, war das so richtig? Ja, muss sein. Wenn nicht, halt Pech gehabt. So. Das packen wir hier so. Und so. Ihr könnt das hier einfach auch irgendwie nach da hinten bauen. Also, ne, das ist hier ja jetzt beweglich. Ich müsste jetzt nicht um die Wand bauen. Wenn ihr jetzt, wie ich mal die Wand stehen habt und das hier versteckt, dann wird man es nicht sehen. So. Jetzt packen wir hier das, den Output hin. Hier so. Und hier den Input. So. Und sobald jetzt hier Strom durchläuft, wie ihr seht, ist es jetzt an alles. Das heißt, sobald hier Strom durchläuft, geht hier die Fackel an. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Geht hier die Fackel aus. Hier geht es auch aus. Guck mal einfach mal hier. Ja, hier seht ihr, da klappt es einmal um. Das ganze System klappt einmal um. So, aber jetzt müssen wir es noch resetten. Das heißt, hier muss auch nochmal Strom durchlaufen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier uns eine schöne Strecke auf. So. So, das kann man auch wegmachen. Und ja, jetzt bauen wir hier Repeater hin. Mit der Länge, die die Tür oder ein bewegliches Redstone-Objekt aktiviert sein soll. Unter Strombefluss. Machen wir einfach mal ganz lange Zeit, um etwas erkennen. Wie ihr seht, geht das Signal hier wieder zurück. So. Jetzt haben wir hier den Output. Jetzt machen wir hier einfach mal einen Pisten hin. Der ist an. Weil ich jetzt ECD reinpacke, geht der Pisten zu. Bleibt eine Weile zu, bis das Signal, das hier rumkommt, den hier nochmal zurück, also gesättet. Also der wird hier aktiviert. Hier schlägt er um, dass hier an ist. Hier geht das Signal rum. Schlägt den um, sodass hier wieder das Signal an ist und der Pisten hoch geht. Das sehen wir hier. Der Pisten geht runter. Hier geht das Signal rum und resettet. Und das kann man natürlich auch mit der Tür machen. Je mehr Repeater hier hinpackt, desto länger bleibt die Tür offen. Oder das Pisten oder je nachdem. Wie ihr seht, geht es wieder umgekehrt, weil ich jetzt den Block gesettet habe. Das geht lustigerweise aber auch mit, Moment, einer Redstone Ore. Und zwar, das ist ein ziemlich lustiges Objekt, eben deswegen, wenn man etwas vorbeigeht sogar. Das ist ein richtiger Detektor. Das kann man als unsichtbare Drucktarte benutzen. Ich gehe vorbei. Ah, hier ist es nicht, aber ich stelle mich drauf. Und der geht an. Also der Block wird theoretisch zu einem neuen Block. Aus dem Aus-Redstone Ore wird ein Un-Redstone Ore. Also Off, On, der ist jetzt gerade On. Und resettet das Ganze. Also aktiviert das Ganze hier, blam. Und ja, so ist es eine unsichtbare Druckplatte. Weil niemand erwartet, dass durch eine Redstone Ore ein System eingeschaltet wird. Und ja, das sehen wir hier. Der geht gleich wieder aus, der Redstone. Äh, ja, der geht aus. Warten wir mal kurz. Los, geh aus! Ah, jetzt geht es ein bisschen mehr. Ach, keine Ahnung. Egal, dieses Redstone Ore kann anderen Redstone nicht beeinflussen, das kann ich noch sagen. Das heißt, man kann jetzt nicht, kann ich dir mal zeigen. Ah, woher bist du denn jetzt? Also man kann jetzt nicht zum Beispiel, ach, wo bist du denn da? Also man kann jetzt nicht, wie sieht das aus? Wenn man jetzt hier draufklickt, geht nicht das Beste. Und das heißt, das ist egal, ob der neben ist. Das wird jetzt nicht durcheinander beeinflusst. Egal, den hauen wir jetzt mal weg, weil den, ne, der geht irgendwann, geht der auch schon aus. Ich weiß aber jetzt nicht, wann, das ist auch relativ Wayne. Weil jetzt will ich das nächste Objekt zeigen, was man aktivieren kann. Auch unsichtbar. Man kann dann zum Beispiel hier einen, äh, du bist denn? Einen, einen, ob bist du, ach man, tu mir die Alte, ich hasse dich. Komm, machen wir einfach hier ganz simpel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wir brauchen das. Pau. So. Dauert Moment. Wir können das Ganze nämlich auch durch einen Fuhr-Nazi, ähm, ja, in Gang bringen. Der ist aus. So. Sobald wir, aber, also, sobald wir etwas reinpacken und das Ganze anfängt, ähm, zu brennen. Also, sobald der ganz, sobald der, der Brennvorgang begonnen hat, entsteht aus dem Fuhr-Nazi ein neuer Block. Ein Block mit Feuer, der hier glüht. Das ist ein neuer Block. Und ja, dadurch kann man natürlich auch eine Tür öffnen, indem man einfach was anbrennt, weil niemand würde in dein Haus reingehen und ein paar Sachen brennen. Das macht, probiert wohl keiner aus. Vielleicht Sachen in die... Da hat gerade jemand gepfiffen. Ah, egal. Vielleicht würde da jemand den, ähm, den Rekorder hier, ne, die CD-Player anschmeißen. Aber garantiert kein Ofen. Und ja, so sieht das Ganze aufgebaut. Und ja, das ist ganz wichtig, dass der Block dann neben dem Wasser steht. Man kann aber auch, Timeday kann ich das nicht machen, das geht um das Wasser herum. Du kannst auch hier, kann man den Block hinpacken. Und man könnte auch, also man könnte nicht, man kann auch über dem Block Wasser machen. Kann ich ja mal zeigen. So. Und man kann jetzt hier einen Dirt-Block machen. Also ganz irgendwie so versteckt unter der Erde, wie man jetzt hier sehen kann, logischerweise. Und dann kann man, was auch sehr schön ist, was gar halt, wo ich auch verspreche kann, dass keiner machen wird, hier einfach hier, hier auch einen neuen Block machen. Und zwar, plupp, ernten. Und schon haben wir hier, ja, ja genau, einen neuen Block. Und dann wird ganz zugesetzt, das System wird angeschmissen. Und ja, dann könnte man den hier, die, ähm, die Diamond Hole, äh, ähm, ähm, die Diamond Hole, können wir dann als, ähm, als Schlüssel benutzen. Genau, Entschuldigung, hab ich vor Ort vergessen. So. Man kann aber auch das Ganze schon betätigt lassen. Schön, dass es anbleibt. Also hier, dass es so bleibt. Und dann kann man auch wieder Druckplatte benutzen. Wenn man das in einen Block so macht, und dann, wenn man draufläuft, sagt, hier draufläuft, los, lauf, 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 lauf. Und hier einen wieder einen normalen Dirt-Block macht, wird automatisch wieder ein neuer Block raus. Und dann können wir, oder dann wird das System wieder angeschmissen. Und man kann zum Beispiel Dispenser auf eine Uhr einschalten lassen, das ist auch egal. Und ja, das ist jetzt das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Ähm, postet es weiter. Wenn, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt von solchen Tutorials, dann abonniert mich einfach. Ist kein Muss, könnt ihr aber. Und ja, es wird mich freuen, wenn ihr in die Kommentare Ideen schreibt, was ich denn noch so alles bauen könnte, oder das Tutorials übermachen. Wenn ihr das nicht wisst, zeige ich es euch. Und dann werde ich auch vorher dann die ganzen Begriffe, wie, ähm, R, äh, Sledge, äh, keine Ahnung, versuch's gar nicht erst. Ja dann, ähm, kommentiert, abonniert, den Standardsatz natürlich, und dann bye-bye.